Also wirklich prahl. Was wollen Sie mit all diesen Kalorien? Die können Sie doch in diesem Leben gar nicht mehr verbrennen. Hunger macht böse, Liefers. Das reicht doch jetzt wirklich. Immer an die Elektrolyte denken. Das reicht ja jetzt. Ich verstehe. Wir sollten es doch vielleicht vorher kurz nochmal absprechen. Ja, kann doch. Du geben wir es nicht mehr rein. Weil ich sage, Hunger macht, was sagst du? Hunger macht böse, Liefers. Und außerdem immer an die Elektrolyte denken. Habe ich jetzt schon 95.000 Mal gesagt so, ne? Nö, du kannst es auch nicht. Ja, die Jungs und Steiergängern. Gut ist das. Sarah Leander. Und jetzt doch nach wir. Wie glücklich muss ich diese Stadt schätzen. Entschuldigung. Nonnenloch. Meinen Sie, das ist es? Ja. Eigentlich müsste es das sein. Wieder falsch prall. Gier. Habgier. Nochmal Gier. Trogensucht. Trogensucht. Na nun los. Ich habe, ich nehme sie, ich nehme sie ein Stück. Das muss man noch nie aus einem Nonnenloch getrunken und ich glaube, das bleibt auch so. Fettes Vieh hat den gerade gestochen. Tut uns ein bisschen weh? Achtung. Ah, ah, ah. Aushalten. Ja. Wo sind sie? Noch drei Sekunden. Was qualmt denn da schon irgendwo? Ach. Ach. Ja, ich bin ja hier in meinem Kostzentrum und bin ich leider gestört. Oh Gott. Mit diesem Anachronismus von einem Schienenfahrzeug wurden wahrscheinlich schon ihre degenerierten Vorfahren von Heiligendamm nach, ne umgekehrt, von Bad Oberand nach Heiligendamm kutschiert. Und hier mit den Habsbrüdern, so Frühstück, ah, mit den Habsbrüdern, ja genau. Und sie haben sich schon wieder getrunken.